Wenn du in deinem Haus bist, ne? Ja. Staub saugst ja so gerne. Ich sauge sehr gerne Staub. Wie kann das sein? Das ist, kennst du dieses Gefühl, wenn du morgens ins Auto steigst und da sind diese ganzen Regentropfen auf der Scheibe. Ja. Und dann machst du einmal, du drückst auf den Knopf und dann macht der Scheibwäsche einmal und dann ist alles. Ja, manchmal sind auch zwei so Streifen drin und dann sage ich, oh Mann, fuck ey, jetzt ist er nicht gut hier und das ist kaputt. Das ist zum Beispiel sehr blöd. Ich habe mir auch früher, also das ist auch wirklich schlimm war mit dem Staubsaugen, da habe ich dann auch manchmal extra Brotkrümmer so aufgewogen und dann, ich weiß nicht, so schlimm war das. Das ist ja staubsaugesüchtig, da warst du ja staubsaugesüchtig. Aber man kann das auch philosophisch betrachten, ne? Wie schnell ist ein Problem gelöst? Gelöst.